Wo hier? Wo ist er? Hey, ich hab ihn doch gehört. Bin ich blöd? Hey, ich hör den doch. Der ist doch hier, oder? Ach, ich werd jetzt hier einfach interagieren. Nein, er muss natürlich wieder brennen. Ach. Nein, nein, nein. Ich nehm jetzt einfach... Nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Tausch die Waffe. Was, da ist wieder ein Flammeherrn. Und er hat seinen eigenen Mann abge... abge... abgeflammt. Abgeflammt hat er ihn. Moment mal, ich hab ja gesehen, dass der eine vorhin Feuer fing. Werd ich gucken, dass er brennt, bevor ich brenne. Der brennt, oder? Ja, er brennt. Aber irgendwie hat noch... Er hat noch keinen Schaden. Na, jetzt brenne ich wieder. Ich will mal so ein geiles Battle mit dem. Ja, du bekommst mehr Feuer ab. Lösch dich, lösch dich. Wie schnell er rennt kann, wenn er brennt. Oh, jetzt brennt Riley auch. Kacke, fuck. Ganz toll, ganz toll. Halt dich. Halt dich. Oh Mann, diese Typen. Aber ganz ehrlich, gegen die gibt's auch keine richtige Taktik oder so. Ich kann ja, wenn ich nicht hinter denen irgendwie komme... Ich kann ja auch nicht takedown. Das ist ja das Schlimmste daran. Oh Mann. Moment mal. Ach, kacke, der ist schon wieder da. Oder? Ja. Moment mal. Jetzt einfach hier die Waffe auf. Auch wenn ich die jetzt gegen die MP eingetaucht habe. Okay, der dreht sich schnell mit. Vielleicht hilft dir ein Stein. Hier, komm, ich werfe dich mit dem Stein ab. Also die Steine, die sollten effektiv sein. Komm. Vielleicht kann ich dich damit ausnoten. Guck mal, es wird schon Nacht. Geh nach Hause. Zu deiner Familie. Weil du hast wahrscheinlich eh keine. Ja, was mach ich? Okay, der Typ ist zu blöd, irgendwie zu mir hinzulaufen. Dann tue ich mal irgendwie einfach mal den Alarm hier aus. Warum auch immer, hier ist sowieso keiner mehr. Alter, Mann. Jetzt habe ich eh leer geballert. Dann kann ich wieder mein schönes Gewehr hier mitnehmen. Oh. Oh. Oh, das ist so behindert, dieses System hier. Das ist viel zu langsam. Das ist so schlecht manchmal. Das ist so schlecht manchmal. Was ist so schwer daran, die Waffen auf die Slots 1, 2 und so weiter zu legen? Wenn man das nicht hier einstellen kann. Wenn man das nicht hier einstellen kann. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Ah. Würde das hier einfach viel besser gehen, dann wäre das auch kein Problem. Okay. Ah, er verfolgt mich. Kacke, Mann. Oh, meine Fresse. Wie ich euch Typen hasse. Jetzt geht es hier zum Helikopter. Da reiche ich den Helikopter. Scheiße. Fuck. Kannst du ein Heli fliegen? Nein. Du hast doch einen Flugschrank. Ja, aber für Flugzeuge. Ja, dann musst du schnell lernen. Was? Oh Scheiße. Ich will zur Deckung. Ohoho. Hohoho. 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 Der Helikopter ist wahrscheinlich so wie so. Kaputt. Kaputt. Wuh. Was? Was? Ohoho. Ich merks schon. Ich bekomm... Ich muss aufpassen jetzt mit der Musik und... Ohoho. Ich hab das Gefühl, dass wegen der Musik da irgendjetzt... Ich hoffe, ich kriege da keinen Strike jetzt reingedrückt. Aber nein, wir sollten jetzt erstmal die Musik genießen, meine Freunde. Ohoho. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden sterben. Nein, wir werden nicht sterben. Das schaffen wir. Fliegt weiter. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin nicht. Du hast gelangst so langsam schnelllichst. Alles okay? Ja. Wunderbar. Du fliegst mir ein bisschen tief... Ohohoho. Alter. Wir sind auf den Dächern. Irgendwie diese Situation... Ohohoho. Scheiße. Diese Situation gerade. Die bannt mich so. Sorry, wenn ich in den letzten 5 Minuten eher wenig gesagt habe. Aber... Die Szene hier... Die zieht mich einfach so hier... Keine Ahnung... Fest sag ich mal. Ja. Blöd gelaufen, mein Freund. Einfach verbosshaft. So. Gibt's noch mehr? Ohohoho. Du bist voll krass, Mann! Ich dachte... Er will einfach nur weg. Aber nein. Er kommt nochmal zurück, um hier alles wegzuballern. Zu mir auch recht. Ohohoho. Nein! Ok. Er hat's noch ausgehalten, der Helikopter. Das ist gut, das ist gut. Was, was, was... Was fliegt hier? Nein, 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 nein. Wehe, wehe, wehe. So, auf der Brücke wächst kein Draßen mehr. Ah, der Helikopter hat sich gerade gehealt. Und jetzt ist wieder alles weg. Ok. Ok, ok, ok. so scheiße nicht euer ernst kacke man verreckt der stützt der stützt ab der auch ja kühl ab kühl ab so jetzt nochmal volles Feuer drauf auch wenn ich nicht da aufziehen kann so jetzt 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 ja ja das ist so cool also das eben meine freunde war eine richtig richtig geile spielszene das hat mir richtig gut gefallen wie gesagt ich hoffe jetzt dass nichts wegen der musik da jetzt passiert aber geht bestimmt wenn nicht dann muss ich das so schneiden dass es weg ist aber ich denke mal nicht wenn ihr das seht dann wisst ihr dann ging das in Ordnung und scheiße man das Haus brennt von Dr. Earnhardt der Doktor ist weg fuck man oh shit man warum waren die denn jetzt hier scheiße ah nicht gut nicht gut gar nicht gut shit fuck man Jason wo sind sie wo sind meine freunde ich konnte die Krieger nicht aufhalten es tut mir leid sie brachten ihre freunde zum shit man ich verstehe nicht ich muss sofort zum Tempel okay seine freunde sind anscheinend wieder weg scheiße man okay seitdem heute tot ist oder sogar bevor tot heute ist äh bevor heute tot war die ist schon scheiße hier mit Sam aber jetzt auch noch die Kacke hier okay der Tempel steht wahrscheinlich noch sieht auf jeden Fall so aus oder wo sind denn alle verflucht komisch ganz komische Stelle wenn das wieder Drogen sind also wenn die das waren mit meinen Freunden dann groß stark mächtig warum wieder das sein was du einst warst nun bist du perfekt das ist meine Schuld ich ließ dich lieben mit dieser Last der Pfad reinigte dich doch die Läuterung ist nicht vollendet das ist falsch tu das nicht ich liebe dich Jason was aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben ich weiß wie schwer es sein muss es verletzt mich deinen Schmerz zu sehen Citra ich will dir nur helfen dich dafür lieben wer du bist den Mann anbeten der du geworden bist es wird alles bald vorbei sein ich bringe dich auf das Podium und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreien und dann gehöre ich dir eigentlich will ich dich nicht ich will meine Freunde wieder haben Citra immer noch hier immer noch auf Droge äh hallo wow schon wieder zurück kranke 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 scheiße mit den Rakia bist du machtvoll so wie die die vor dir kamen Waffen töten Menschen sie bringen sie nicht wieder zurück Lisa ein großer Krieger was hast du sicher in den Rücken geschossen mächtiger Krieger du bekommst das letzte Tattoo sie fallen alle vor dir auf die Knie das letzte Tattoo ok und du bist bis an die Szene bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos so flugst du das am Flieger gegen all diesen Tattoos auf deinem Arm ich nehme es in ihr Kissen wow fuck man scheiße man wie wir alle fiese Insel gehört du lebst in einer Fantasie Welt ich werde das alles ausradieren boah kranke scheiße man vollende den Pfad sonst wird all dein Fortschritt dein Tattoo alles was du auf dieser Insel getan hast verschwinden du bist bereit Krieger hier ist deine Klingel nehm ich gerne an ja ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020